Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder ein Speedbild und wir befinden uns in Willow Creek und ich baue die Bibliothek um. Beziehungsweise ich baue sie komplett neu, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte ändern sollen an der Bibliothek. Deswegen dachte ich so, okay, ich versuche mich einfach mal daran, das komplett selbst zu bauen, weil ich bin halt einfach noch immer kein Profi. Deswegen dachte ich so, okay, vielleicht versuchen wir es einfach mal nochmal so. Was halt so nicht so gut unbedingt teilweise gelaufen ist, weil wir haben ein paar Glitches mit dem Dach. Aber ja, da müssen wir halt einfach mal klarkommen. Man hätte das natürlich auch vielleicht einfach so nochmal komplett neu bauen können und so was weiß ich. Aber vielleicht werde ich auch im Laufe meiner Baukarriere herausfinden, wie ich diese Glitches beheben kann. Aber zur Zeit ist dem nicht so leider. Das ist sehr, sehr schade. Aber ja, ne, passiert. Ja, jedenfalls ist das auch nicht mein Masterwerk. Es sieht auch relativ, es ist nicht unbedingt leer, aber es sind nicht so viele Gegenstände da. Also vor allem dann im Außenbereich dann später. Aber man kann definitiv mit dem Grundstück spielen. Es ist halt alles da, was man braucht und so weiter. Und es sieht zumindest nicht ganz schäbig aus, ja. Ich habe mir viel von mir gegeben. Deswegen, ja, müssen wir gucken. Ich meine, ich kann ja auch später immer noch zurückgehen. Also es ist ja nicht alles, was jetzt hier als Ende gekennzeichnet ist, in Anführungszeichen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Sondern ich kann ja immer noch dann sagen, wenn ich jetzt halt noch ein paar Monate baue oder so, dass ich dann irgendwann sage, boah, ich kann das jetzt schon voll gut. Und dann kann ich mich ja hieran auch nochmal setzen und dann vielleicht nochmal was dran ändern oder so. Aber ja, an dem Punkt sind wir noch nicht. Wir sind ja gerade mal erst an dem Punkt, wo wir uns denken, ah, so funktioniert Bauen ungefähr. Und ja. Aber ja, genau. Gestern kam auch ein Einreie an, die Uni-Part. Falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne reinschauen. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ja. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich kann das halt immer noch nicht leider mit dem Oh, ich rede durchgängig und habe einen Redefluss. Also hier gerade geht es tatsächlich sogar. Aber ich nehme das auch schon zum zweiten Mal auf, weil es eben Probleme gab. Weil das dann einfach die Audio gelöscht hat und ich so, nein, das war voll gut. Und jetzt so, aber egal, das muss ich jetzt halt leider machen nochmal. Weil das einfach so hochladen wäre natürlich auch nicht so toll. Deswegen dachte ich so, okay, wir akzeptieren das jetzt einfach, dass es so ist. Und ja, auf jeden Fall guckt in an die Uni rein. Das freut mich sehr. Aber da habe ich halt nochmal ein paar mehr Probleme mit dem Redefluss und so. Und das spreche ich da auch noch ein paar Mal an. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt die ersten zwei Parts aufgenommen. Und ja, der zweite kam ja gestern dann online. Aber wir müssen mal gucken, wie das dann aussieht. Wie oft das dann kommt und so. Aber ja. Ich mache mir da halt keine Regeln oder so. Ich nehme halt auf, wenn ich da Lust drauf habe. Es ist halt auch ganz gut, dass ich mir jetzt da jetzt auch quasi den Stress genommen habe. Ich mache nicht zwingend mit Facecam. Weil, das habe ich ja bei der Hohler Baby Challenge, dass ich da immer mit Facecam aufnehmen möchte. Weil ich das jetzt seit über 30 Parts so mache. Und ja, wenn das halt, also, ne, wenn ich jetzt halt bei einem neuen Projekt, habe ich ja direkt gesagt, beziehungsweise im zweiten Part dann, ja, ich nehme jetzt nicht unbedingt damit auf, sondern nur halt, wenn ich Lust drauf habe. Und das nimmt mir halt viel Stress weg, weil ich halt dann einfach aufnehmen kann, wirklich, wenn ich will. Und ja, weil, ähm, meistens mache ich mich extra nur fertig für ein Video, so. Also, ich meine, ich habe zwar schon den Schlafanzug aufgenommen und so, aber eigentlich möchte ich eher, dass es ein bisschen feiner aussieht. Bisschenweise einfach, dass ich halt normale Alltagskleidung anhabe. Ähm. Und mir vielleicht einen Deckel überwerfe oder so. Das ist halt schöner als ein Schlafanzug. Ganz einfach. Deswegen ist das halt so eine Sache. Aber, ähm, ja. Ja, was, 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 was will man machen? Ähm, ich meine, ich kriege das halt so in der Baby-Challenge alles hin und so. Deswegen, ja. Aber sonst muss ich halt einfach gucken. Deswegen ist es natürlich auch gut, ein Speedpit zu machen, weil da kann ich auch einfach nur drüber reden, so. Da ist es egal, wie ich aussehe. Aber, ähm, ja. Ich meine, ich müsste mir diesen Stress nicht machen, aber ich mache ihn halt selber. Deswegen kann mir das keiner nehmen, so. Und ich meine, es ist jetzt auch nichts gravierend Schlimmes oder so. Aber, ähm, ja. Also, ich komme mir damit klar. Es ist, es ist, ähm, ja. Es ist okay. So, wie es ist. Und, ähm, ja. Tut mir leid, wenn ich zwischendurch meine Nase so ein bisschen hochziehe oder so. Ich habe halt ein bisschen Schnupfen. Deswegen, I'm sorry. Das will ich nicht. Ähm, was ich halt auch noch sagen wollte, das, ähm, das habe ich hier auf dem Kanal noch gar nicht getan, sondern nur auf meinem Twitter-Account. Da könnt ihr mir übrigens auch folgen, auf meinen alten Reihen. Ich glaube, ich habe den einen sogar noch nicht mal verlinkt, aber den findet man, wenn man auf meinen anderen Accounts ist. Ähm. Ähm, ich habe mich hier noch gar nicht bedankt für die 100 Abonnenten. Und das war ja sowieso so ein kleines Ziel für dieses Jahr. Ähm, beziehungsweise für mich ist es kein kleines Ziel, okay? 100 Abonnenten ist für mich natürlich trotzdem eine Menge. Ich meine, ich hatte die ja schon mal auf meinem alten Kanal. Und, ähm, ja. Und ich meine, das hat jetzt in dem Sinne auch lange gedauert, weil den Kanal führe ich jetzt seit zwei Jahren aber so richtig aktiv. Mit diesen Sims-Videos und so. Seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Aber trotzdem ist es in aller Fungsechen wenig. Für mich ist es trotzdem viel, weil ich meine, das sind 100 Menschen, die sich dachten, hey, die ist mir in irgendeiner Form sympathisch. Äh, die möchte ich in meinem Feed haben, so. Natürlich gucken nicht immer 100 Menschen rein und keine Ahnung. Aber es sind trotzdem Menschen, die sich irgendwann mal dachten, hey, die hat was, so. Und das ist natürlich ein riesen Kompliment. Und, ähm, ja, 100 Menschen auf einem Fleck ist natürlich schon eine Menge. Und ich freue mich natürlich auf noch mehr Leute. Und ich freue mich halt einfach, dass das alles so klappt und dass regelmäßig so viele Leute einschalten und dass neue Leute dazukommen. Und, ja, ne, vor allem freut mich halt, dass so viele Leute tatsächlich meine Videos regelmäßig teilen und so weiter. Weil, das bringt natürlich die meisten Leute zu mir. Ähm, und ohne die Leute, die das regelmäßig teilen würden, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch nicht hier. Deswegen danke auch vor allem an diese Leute. Aber auch an jeden, der einfach nur hier zuschaut. Das bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Denn, äh, sonst hätte ich vielleicht tatsächlich sogar weniger Spaß daran, hier das zu machen. Weil, natürlich möchte man auch in irgendeiner Form gesehen werden. Weil, sonst könnte ich auch für mich alleine spielen. So, ganz einfach. Ähm, ja. Gut. Und, was ich noch ansprechen wollte, das ist in meinen Augen auch sehr wichtig. Ihr könnt jetzt diese Umfrage machen für das nächste Accessoire-Pack. Da müsst ihr entweder Sims 4 starten und an einem Startbildschirm könnt ihr da weitergeleitet werden irgendwie. Das habe ich darüber nicht gemacht, weil ich Sims heute noch nicht gestartet habe. Aber, man kann dann, ähm, man kann auf den Sims Twitter-Account gehen. Und dort haben die das verlinkt. Da könnt ihr dann drücken und dann könnt ihr abstimmen, was das nächste Accessoire-Pack sein soll. Und, was drin vorkommen soll. Ihr habt dann halt immer fünf Auswahlmöglichkeiten. Und es gibt fünf verschiedene Packs zur Auswahl. Und es sind tatsächlich alle ziemlich, ziemlich cool. Also, ich würde mich über alles freuen, ehrlich gesagt. Aber halt nicht über alles, was halt darin an Stuff kommen soll. Aber ich denke, die meisten sind da meiner Meinung bei den Sachen, die halt so dabei sind. So, zum Beispiel, ähm, könnte man jetzt ein neues Laufband kriegen oder so. Wo man sich so denkt, so, wir haben genug Laufbänder. Wir haben ein Fitness-Pack. Ähm, wozu brauchen wir jetzt nochmal ein neues Laufband? Oder irgendwas. Das wäre einfach nur unnötig. Ganz einfach. Und ich denke, die meisten denken so. Und ich hoffe einfach, dass wir nicht ein neues Laufband kriegen, weil sonst gehe ich an die Decke. Wir brauchen kein neues Laufband. Ganz, also ganz im Ernst, wenn wir ein neues Laufband kriegen, dann weine ich. Dann weine ich wirklich. Weil wir hatten so coole Sachen. Zum Beispiel können wir jetzt ein Ouija-Wort oder so kriegen. So, ich lese das so und denke mir so, okay, das nehme ich gern. Ich wollte ja auch erst aufnehmen, wie ich halt das ausfülle. Aber ich habe es dann doch gelassen, weil, keine Ahnung, es ist Top Secret vs. Sheville, ja. Hm, ja. Aber ihr müsst es auf jeden Fall ausfüllen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir wollen natürlich Waschtag-Accessoires nochmal übertrumpfen mit dem besten Accessoire-Pack. Und das könnte jetzt natürlich das nächste Accessoire-Pack werden. Und ich finde es so cool. Ich freue mich so sehr. Gut, und wir sind jetzt auch schon am Ende. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.